Wenn dein Freund sich was auslädt und es dir nicht wieder geht. Du musst mir einen riesen Gefallen tun. Ey, atme erstmal Sauerstoff. Was passiert? Ich hab heute ein Date. Ich brauch deine Jacke. Na gut, aber bring mir die morgen wieder. Ja, normal. Morgen, gleiche Ort, gleiche Ort. Wo bleibt der Typ, ja? Der Wünschte, Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Zehn Jahre später. Blut, Fleiß und Tränen. Doch keine Spur von Samuel und seine Jacke. Ich brauche Kraft! Ruhe, Frieden, John. Warte, eins. Verarschst du mich, so verarsch ich dich. Und jetzt gibt meine Jacke zurück! Bruder, gerne, aber der ist in der Wäschi. Morgen kann ich dir geben.